Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es jetzt ein bisschen kürzer machen als vorhin bei der Rede zum 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Der 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sieht vor, dass ein Anbieter eines bundesweiten Programms auch regionalisierte Werbung aussenden darf. Wir Grüne begrüßen dabei sehr, dass dies eine landesgesetzliche Erlaubnis voraussetzt. Darin kann genau bestimmt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen regionalisierte Werbung in Nordrhein-Westfalen zulässig sein wird. Da die Verlage und die privaten Rundfunkanbieter auf die Werbeeinnahmen angewiesen sind und wir uns prinzipiell für entsprechende Zwei-Säulen-Modelle stark machen und darüber hinaus, die Koalition hier in Nordrhein-Westfalen eine werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk perspektivisch anstrebt, stimmen wir Grüne dem 18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag heute auch so zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.